Ich bin Katharina Ritter, Leiterin der Stadtgalerie Saarbrücken und kuratiere dieses Jahr den Kunstpreis Robert Schumann für die Landeshauptstadt Saarbrücken. Kunstpreis Robert Schumann heißt vier Städte, vier KuratorInnen, 16 KünstlerInnen. Mein Name ist Simon Sanchez, ich wurde hier angefragt als Kurator für die Stadt Trier. Ich bin Julie Reuter und ich repräsente Luxemburg während der Prida Robert Schumann. Ich bin Célia Charvet, ich bin Settanie, die Kommissaire für die Stadt Metz. Sie können sich auf eine wundervolle und sehr wahnsinnige Ausstellung freuen. Vielen Dank. Vielen Dank.